Frisch zurück von einer Fact-Finding-Reise durch Finnland und Estland mit Schwerpunkt Bildung hat NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger am Montag mit ÖVP und SPÖ abgerechnet. Natürlich habe ich jetzt die ÖVP angesprochen, weil die seit 36 Jahren in der Regierung sitzt und den Kanzler stellt. Und der Kanzler hat sich aufgeschwungen, letzte Woche eine Rede zur Vision 2030 zu halten und es war aber nichts. ÖVP und SPÖ bringen nichts mehr zusammen. Diese beiden alten Parteien sind kaputt, auch wenn man es vielleicht nicht gerade bei der SPÖ mehr sieht als bei der ÖVP. Aus Meindl-Reisingers Sicht hat Nehammer eine Rede bar von Zukunftsvision und Innovationsfreude gehalten, damit aber eine Kampfansage an den eigenen Koalitionspartner geliefert und den Nationalratswahlkampf eröffnet. Auch habe die Rede des Parteichefs gezeigt, dass die Volkspartei keine Antworten zur Senkung der Steuer- und Abgabenlast habe. Also das heißt, für diese enorme Steuerlast, die ich habe, die ich zu tragen habe, gerade auch in der Mitte, bekomme ich eigentlich immer weniger. Und das ist nicht in Ordnung. Gerade hier muss ein Staat, muss eine Bundesregierung oder sollte auch ein Kanzler, der von Visionen redet, vorangehen und sagen, ich will, dass die Leistungen des Staates besser werden, weil wir können uns nicht mit dem Mittelmaß begnügen. Und ich habe den Eindruck gehabt, vor allem, was ich gehört habe von Nehammer, Mittelmaß ist sozusagen mittlerweile unser Standard und offensichtlich unser Ziel geworden. Wir geben uns als NEOS nicht damit zufrieden. Für uns geht es darum, Österreich wieder an die Spitze zu bringen. Die NEOS heben insbesondere die Themen Energie- und Sicherheitsfragen hervor. Ich halte es für inakzeptabel, dass ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, nach diesem Beginn sozusagen des Krieges, den Putin vom Zaun gebrochen hat und dieser Zeitenwende, Nehammer sich hinstellt und sagt, bis 2030 wird eine neue Sicherheitsstrategie vorliegen. Bis 2030, sieben Jahre, ich meine bitte Entschuldigung, schlafen die alle im Verteidigungsministerium und im Bundeskanzleramt. Der Schwerpunkt Bildung liegt den NEOS besonders am Herzen. Meindl Reisinger präsentierte die Strategien der besuchten Vorzeigeländer Finnland und Estland. Also wenn ich etwas mitnehmen würde, dann ist es sozusagen die volle Schulautonomie auf der einen Seite, das Vertrauen ineinander auf der anderen Seite und vor allem dann auch der umfangreiche Einsatz von digitalen Instrumenten. Um die Leistungen der NEOS zu untermauern, zählten die Salzburger Landesrätin Andrea Klammbauer und der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr ihre bisherigen Errungenschaften, etwa im Ausbau der Kinderbetreuung, auf.